Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen weiteren Session GTA Online. Wir haben eine Spezialfahrzeugmission. Wir holen jetzt den gepanzerten Boxville. Und mit diesem müssen wir wieder eine spezielle Mission erfüllen. Bin gespannt. Okay, es hat ein Geschütz obendrauf. Ich werde wahrscheinlich ballern wieder. Ja, das ist glaube ich ganz gut. Bin mal gespannt, was wir machen müssen. Ja, ich auch. Ich sehe gerade, wie der Typ richtig vermöbelt wird. Welcher Typ? Nee, bei UVA Chamber. Das. So, direkt unter uns jetzt. Ach, in der Garage wahrscheinlich drinne. In der Hütte. Mhm. Yo. Alter, what the fuck? Oh, warte mal. Hä? Hat das mehrere Geschütze? Nee. Ach so, okay. Geh mal da hoch, lieber. Ja, mach ich jetzt gerade wieder. Ja, ist klar. Ja. Okay. Wolltest du mal gucken, wie das Ding schießt? Jawohl. Jawohl. Hammerhart. Oh shit. Hast du es gesehen? Hat gebrannt. Ja. Warte. Du musst hier durchfahren, bis wir eine Spur haben. Eine Spur? Ja. Und irgendwas, was auch immer. Oh, der Explodieren gleich. Der ist schon explodiert. Nein. Jetzt. Ja, jetzt müssen wir aussteigen. Nicht dein Ernst. Wir müssen da hoch. Yo. Ich hab richtig getippt. Was denn? Luke Gallows und Carl Anderson haben gewonnen. Oh. Hä, wer schießt denn da? Was ist da? Warte, ich steige aus. Hol den Sender. Warte. Ich drehe schon mal. Ja, mach das. Pass auf. Es sind ein paar. Warum ist mein Bildschirm gerade weiß geworden? Also im Hintergrund im Spiel. Oh, hier sind ganz viele. Ich komme. Oh, oh. Warte, warte. Ich muss hier weg. Ich hab das Ding, ne? Ich bin hier. Ja, ja, ja. Ich will den nur erstmal ein bisschen. Warte. Oh, da bist du ja. Hinten einsteigen. Nein, muss ich nicht. Du musst da was geschützt? Ja, ich kann wechseln. Aber jetzt will ich nicht hinten einsteigen, weil sonst hab ich ein Problem. Warum? So, pack mal jetzt hier vorne irgendwo gleich. Nein, nein, nein. Ich pack hier noch nix. Ja, weil da aussteigen und einsteigen war echt scheiße. Hey. Get it out. So, bleib mal hier stehen. Aua. Oh, oh. Jetzt schnell. Da kommen welche. So, jetzt hab ich's. Ja? Bist du drin? Ja. Ich bin drin. Sehr gut. Da war ein Stein. Ja, ich hab's gesehen. Äh, gemerkt besser gesagt. Äh, ähm, ja. Oh, vor uns. Hinter uns auch. Vor uns. Bam, 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 bam. Ja. Oh, Rufschrauber. Oh, zwei Rufschrauber sogar. Was hast du gesagt? Jetzt ist nur noch ein Rufschrauber da. Hä, 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 hä. Rang erhöht. Ach, na, auf, das ist, hä. Ich hatte noch mal ne Frage. Was hast du eben gesagt? Rang erhöht. Nee, davor. Nee, davor. Was hab ich da? Ach so. Na, gar kein, gar kein Heli mehr. Jetzt sind sie alle put. Wusch. Wollte grad fragen, hoffentlich kommt dieser scheiß hässliche Typ nicht von gerade eben wieder. Aber. Geht ja gar nicht. Ja. Meine doofe Frage. Ja. Nimmst du eigentlich auf? Ja. Echt? Ja. Hab gar nicht mitgekriegt, glaub ich. Ja, siehst du immer. Hast du dich etwa für die Begrüßung gemutet? Nein. Hab ich nicht. Ich hab dich nicht mitgekriegt, Alter. Echt nicht? Nein. Ich hab vorher geredet, so. Oh, beim ersten Versuch, Alter. Ja. Sehr geil. Bissio bestanden. Mhm. Jawoll. Ach du Scheiße. Was denn? Äh, ich hab gerade im Teamspeak gesehen, dass der Palmen seinen Raum unten Gaskammer genannt hat. Ernsthaft? Ja. Ja. Palmen's Gaskammer, ja. Hoffen wir mal, dass wir H1Z einspielen, dann macht das Sinn. Hm. Das ist doch nichts anderes als eine Gaskammer. Ja. Ja. Boah, lädt das bei dir auch so lange? Ja. Ja, ich warte die ganze Zeit darauf, dass es weitergeht. Es geht auch gleich weiter, aber das ist echt wieder voll lange. Es tut mir sehr leid, dass das jetzt so lange dauert, aber es dauert halt so lange. Ja, mir tut's auch leid, aber was soll man machen? Was willst du machen, ja. Oh, jetzt. Wie du da am Rauchen bist. Oh ja. So, erstmal Geld einzahlen. Ja. Das kriegt man ja immerhin wahr. Oh, wir sind auf einem anderem Server. Oh, da ist aber eine große Biker-Gang, ey. Ach, du Scheiße. Moni-Leinchen, Master Chief. Hm. So, was machen wir jetzt? Äh, warte mal. Das ist ein Auto. Ja. Und vor allem vollkommen repariert, wie das auch immer funktioniert hat. Hey, Boss. Jetzt fällt ich schon wieder verfolgt. Mobilitätshämmer. Hab ich gekriegt. Auszeit. Oh, Alter. Wo müssen wir denn hin? Ich hab keine Ahnung. Wir würden jetzt nochmal ein Auto klauen, oder? Ja. Okay. Also da hin. Also wieder zum Filmgebäude. Oh, ich bin ich falsch gefahren. Ja. Da fliegt schon wieder einer mit so einem, riesen flugzeug rum wenn es ein riesen flugzeug ist es nicht so schlimm oder ja dieses komisch oder wie toll oder so wie toll ist es nicht dieser andere jet ist es dieser neuere jet fahrzeug diebstahl ja ich muss reinkommen was ist er für ein dicker mensch das paul heyman er klingel schnell habe ich was labert der wer komischer assistent ach immer irgendein scheiß bei dir müssen wir echt mal aufräumen hier sieht das hier aus toll hast du gemacht alter ich wollte nur mein persönliches fahrzeug wechseln jetzt wurde mein persönliches fahrzeug schon unten hingeliefert und ich wurde alter jetzt wurde ich am arsch der welt gespawnt ja nicht nur du ich auch ich sehe total vermöbelt aus jetzt geht die richtige show los mal sehen mit welchem match gestartet wird ich sage das eliminieren schämmer match der frauen 770 was denn 770 was sagst du das eliminieren schämmer match der frauen wird das erste match meinst du sag ich einfach stimmt weiß ich nicht wir werden es gleich sehen wir werden es gleich sehen vergib dich zum weinboots rückzug da haben wir noch nichts geklaut oder doch da waren wir schon mal das ist dieser stunt wo du einfach nur ins fahrzeug steigst und dann nur schiff drücken kannst ich Việt spiel aus ja so ja das ist da nicht fangen hat voll woanders sind wir fahren echt zum schriftzug hoch ach du scheiße ich fahre schon auf einen schlag das sind weggers ja sein und ist es das elimination mail chamber match der frauen was als erstes kommt oder der männer aber es geht um das gleiche doch bescheid jetzt ich habe den gleichen ausgewählt ich bin tot vom fall der mitsch oder bist du erschossen worden erschossen okay wo ist der typ warum dreht sich das auto denn gleich wie so ein voll mongo auto alter 3000 schaden wollte mich verarschen ohne scheiß kommst du jetzt da hoch danke fahr du mal ich bin doch oben beim schild okay ich sag doch das erste match ist das elimination chamber match der frauen okay 5640 schaden alter verpiss dich bulle der heli verfolgt mich da schon mal ganz gut und der heli hat mir einen reifen zerschossen alter wollt ihr mich verarschen toll das auto backt in der mauer warte ich versuche dich da raus zu schieben nur erstmal zu dir kommen gerade gar nicht so einfach weil ich nehme alles mit wo ich gegenfahre hängst du immer noch fest ja wirst du auf der autobahn ja du bist gestorben ja weil alle auf mich geballert haben ich stecke in der mauer fest also besser gesagt das fahrzeug steckt immer noch in der mauer fest auf der mauer nicht in der mauer nein bei mir steckt es in der mauer fest ich kann ja ich kann es null bewegen und es hängt da fest jetzt geht es wieder schön jetzt also ich kann nur nicht einsteigen ok sollte aber jetzt wieder gehen ich bin tot bist du drinnen jetzt geht es ja sehr gut wenn ich glaube ich habe neben den ganzen polizeiautos ein anderes polizeiauto geklaut und ich habe keinen stern dafür geklaut und ich habe keinen stern dafür geklaut geil ich habe einen abgeliefert sehr gut der 770 wurde beim fahrzeug lagerhaus abgeliefert geil das ist eine frau nur ein ganzes guckte das ist nie für einen rang die wat für einen rang ja was hat die dafür den titel eigentlich raum titel ich würde sagen folge ist am ende die folge ist am ende ja das stimmt war nur sehr begeistert von der frau naja ich wünsche euch was meine freunde bis dahin viel spaß tschau